So, mal was essen. Crazy. Weißt du, Hauptsache, die Höhle ist genau... Äh, ich weiß nicht, ob das das ist, für was ich es halten soll. Diamanten! Stimmt's? Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft Community, zu einem neuen Video. Ja, heute wieder dabei, der Kevin. Hallo. Äh, gib mal... Hast du eine Spitzhack jetzt gemacht? Ja. Bau mal her. Ich geh das jetzt noch bauen. Spind! Springt! Harte, ich hab Schiss, dass mich jetzt hier von hinten ein Skelett rein abschießt oder so. Don't, don't! Warte, ich baue mich hier runter. Ich will nicht runterspringen. Du Idiot. Da bärchen Lab, morscht das gemacht. Hey, wir müssen jetzt da aufpassen. Warte, ich hätte einen Eimer machen sollen, statt wie eine ganze Rüstung zu machen, halt fast eine ganze... Erkennen, Baujagd... Nein! Pass ja auf, pass ja auf. Ja, ich hab schon geschaut. Setz ja Steine in die Lava hier so. Ja, hab ich vor. Diamanten! Leider nicht. Leider nicht. Du sauer, der hör mal auf. Sorry, der war nötig. Aber hier unten können wir dann strip meinen. Das ist schon gut. Hier unten können wir dann strippen. Prozent Prozent der Mann nicht gut also kann ich darunter schwingen so dann nehme ich jetzt bereits da mal mit knapp so gut in der Stadt mich einfach mal ein bisschen in die Richtung dass ich ein bisschen stein ab und vielleicht treff ich auf Diamantin er vielleicht nicht er hätte er jetzt wäre was natürlich wirklich hilfreich gewesen dann können wir einmal wenn wir einmal hier so den hier machen und dann auch scheiße wenn man auch mal an das war nicht einer war ich der zweiten wenn die Dornbaum bin muss mit oben aufzupiepsen ok da hinten ist auf jeden Fall auch mal und schon wieder habe ich kein Stein ich kann irgendwie kriminell wir hoffen meine Tasche durchspinnt nicht fliege vor mir so runde hast du das eisen hier gesammelt ja oder halt ich weiß nicht wer ist meinst aber ich habe vorher eisen geholt ja das war das was ich meinte oh man der computer piepst andauernd das das regt mich auf das ich zum kürzen hast du das hier oben mitgenommen nee hast du nicht ich hoffe ich bezeichne dass hier irgendwas ist ich glaube ich einfach gerade ich glaube ich habe gerade noch aus halt gerade aus gerade nach aus äh äh da wär schon besser am auch schnell ist hey Leute ich muss euch jetzt einen Tipp geben ich grabe mich hier einfach jetzt gerade nach aus ja Leute wenn ihr mal keinen Ausweg mehr habt grabt euch einfach gerade nach aus vor Ort so er schimpft der Gold heute ist Gold oben mitgenommen guten weiter ich hätte sich jetzt was geschlagen er macht ihren eigenen Garten es meint er könnte Kohler vom Vermieter sind ja geh weg dankeschön grabt du hier halt nach rechts ok dann dein ernst man ja meine das hast du tust man soll solligungen man solligungen haha der war richtig schlecht ja ich mache jetzt halt die ganze mit der oh hier ist ich würde einfach nur mit der stein spitz ja ich habe keine mehr hast du noch eine ja ich habe noch viele hier ja sagt das ja gleich man ich habe vorgesucht die Böchner Pisten Elkmann oh ja wie geil ich habe La Pussele gefunden das ist ganz wichtig das ist echt ganz wichtig sag mal leise ich höre auch was ich weiß ich irgendwo warst du ich glaube ich ich komme näher ich weiß hier nur nicht wo das Problem ist der Kern hat im Moment meine guten Kopfhörer ne kein gutes Headset weil er quatscht quasi über das Headset und da so ein altes Headset ich habe es gefunden ok was ist da los so ja hier ist was ein Unterwassersee ja halt ein Unterwassersee ja äh was ist das jetzt was ist das für ein Menü alter hast du gedrückt kann man da gar nicht mehr F3 drücken ja hier schaut's vollkommen aus ich bin ich jetzt hat es bei dir so um Landungen er bei mir ja wo sehe ich denn die Höhe ach so xy und z oder siehe ja nicht nur für 11 da ha so Leute hier hat mich an der Türkei mal auch in seine Höhle finden das ist mit meinen da macht man nur seine Hacke kaputt in die ja aber ich habe ja mehr genug Stein und Holz haben wir auch hin ja gut da war ja gut ich dachte schon wo ich habe richtig Kopfwehmann die Hans Krient weh wo ich habe Eisnüberschen muss noch aber man ich finde die ganze die ganze Zeit laupt ist dazu die durchsatzte sich wichtiger ja für verzaubern es braucht jetzt für verzaubern zumal ab der jürgen ich finde ich das ist auch seit jemandem wir sind hier lang es ist wie sie nicht mit smaragdien smaragdien ho der war nicht geil oje jetzt ruft mich jemand an das schneide ich einfach nachher im Video raus ja meine Mutter Brutale Brutal ich höre irgendwo eine Höhle mit Zombies und so ok lauf mal bitte zu mir äh ich habe eine Höhle gefunden echt naja boah 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 tschuldigung das war jetzt ein bisschen übertrieben aber trotzdem ist es doch nicht schlecht komm einfach mal lang und dann muss links abbiegen mein Freund links L i ja ich bin grad selber eben eine Höhle KZ Y X Z minus 3 und dann links mein Freund linkes mit K ich hoffe ich springe ich springe hier nicht ins Lava ne ins Lava ja genau in das Lava mein Freund hör auf mir irgendwas von Grammatik beizubringen so wir haben ja auf jeden Fall schon ich brauche ne Kiste mein Inventar ist gleich voll liebe Leute ihr seht ihr seht mein Freund äh 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 tausch'n dummer Dombi man da schneisen äh das will mir da falsch ne willst Tamanten finden der Mann in der zweiten Folge werden nicht gut mit der Mann die die Schaue der Bühne tausende was scheiß Zaun Wiesmann da ich auch lapislar zu Liede wie so ist ein bisschen zu tun hier ist auf jeden Fall ein bisschen Eisen genau das ist schon mal nicht schlecht so zum Beispiel Spitzhacken würde bam bam so so ich finde die Höhle nicht man ja da kommen wir hier ja das ist glaube ich ne relativ große Höhle was ich bis jetzt gesehen hab ja das mach ich dir einfach Street mein ja komm hier ja es tut mein lohnt sich nicht das ist da ist das viel besser ich weiß nicht mal wo du bist ich seh dich nicht mal da hab ich einen langen da 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 das mitgenommen hoffe ich bin auf der falschen höhe idiot hier schon für jeden fall jede menge eisen er wird wie viel eisen horchendung 15 41 fast fast ein steak lapis 19 aber schon ein bisschen eisen und jetzt freck ja nicht ne höhle gefunden beim eisener packen der schott jetzt verrecke ich hier auf jeden fall da brauche ich nicht bald eine kiste weil mein Inventar ist glaube ich schon voll den Stein kannst du ja wegwerfen ja jetzt chill mal dein Eichelmann chill dein Base zeugendales das ist gar nicht mehr losstecken du bist du crazy man so mal was essen hauptsache die Höhle ist genau ich weiß nicht ob das das ist für was ich es halten soll diamanten stimmt ne doch ey es ist sehr ernst schon wieder das mal ne habe ich ja wirklich gerade diamanten gefunden leider nur zwei aber es reicht schon mal für ein Schwert ne ein Schwert für mich ne du machst ein Schwert draus was denn wir sparen und dann machen wir uns ein Ding neuer genauer und den mann ein Ding das wollte ich schon immer mann ab ist ihr ihr anbinden ich brauche ein Ding du weißt du nicht dass ich kein Ding hätte aber ein Ding wäre schon mal gut ne so gold mein freunde aber wieso habe ich jetzt gerade kein Erfolg kriegt normal finde kriegt man doch nur Erfolg ne ja du bist einfach zu scheiße dafür alter wie viel Gold will ich noch finden ich habe ich habe jetzt bald 30 Gold sieben was mir aufgefallen ist hier in den Höhlen sind irgendwie nicht mehr so viel Kohle wie in den alten Version ich weiß nicht ob das ob das so gemacht ist oder ob ich die meiste Kohle jetzt nur übersehen hab aber irgendwie normal nicht immer überall Kohle und jetzt ich überrasen hey sieh den Namen ey ich hab ne Schlucht gefunden yey pass aber auf bitte ohne ohne pass auf mein Freund ich kann nicht aufpassen du kennst mich boah gott sei dank gibt es Wasser gott sei dank gibt es ein Strantero jetzt warst du mal weg Prozent okay aber wird dann bis als ich sollte eigentlich sollte ich die ganze Kohle auch mitnehmen ja ja Kohle auf jeden Fall mitnehmen können mach ich nie ja mach es einfach eigentlich ja ich nehme sie halt mit von mir aus wenn du willst ich will dann hast du ich hab da jetzt nie okay okay ich will jetzt mal sagen du machst jetzt hier so eine kleine Hasch einer geordnet es werden wir gut und zu mehr kommt ich mache jetzt nicht gleich mal eine Eisenrüstung genau so viel Eisen für zwei Eisenrüstung mit ihr okay ja ihr habt noch ihr 64 und weiter nimmst 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 alter irgendwie hat schießt gerade warum denn Tom Tom sie haben überall weiter wie viel Eisen hier ist noch alt ich schaue durch so eine ganze Schlucht ich sehe an jeder Scheißwand Eisen er hat einfach alles mitnehmen wenn wir brauchen ja dann viel Werkzeug und so zu zeigen ja wir brauchen Werkzeug und so zu zeigen genau schmutznah wieder zurück zu meinem Eisen und ihr würd mal sagen kam es jetzt nur diese Folge da wenn wir mal in der höhle werden ja nur noch fünf minuten wie viel bei minute mit ihr zähl du brauchst und schon wieder gold du brauchst ein Hund dabei schon besser oh die Hacke ist kaputt jetzt habe ich keine Hacke mehr ne siehst du meinen Namen noch ja ich habe gerade nicht geschaut aber ich schaue jetzt auch nicht ne ja dann könntest du zu mir ich geh die Hacke machen ja dann komm du zu mir genau ich bin mir gerade anzuzeugen um schmelzen das glaubt man hat gerade gott und so von Föhrmann heilt euch noch zu machen so darunter geht es noch so liebe ich bin du mir nix das hätten wir mal ich weiß in diesem Gang für die Stiermann okay die höhlich da leer beziehungsweise da fertig aber irgendwo ich mache mir jetzt eine Röschtung ich habe Wasser und Zombies ich habe jetzt eine volle Röschtung jetzt mache ich mir einfach ein paar das machen wir nicht so nein nein so jetzt machen wir einfach mal ich mache jetzt einfach mal drei Eisenspitze vier Eisenspitzehacken okay dann muss ich nicht mehr mit dem Scheiß da war schon immer ein Stein arbeiten so jetzt habe ich von mir so das ganze die ganze kohle ab von mir aus weiß nur weil es so wisch so aber es ist aber wirklich fast kein Platz mehr im Inventar denn hier falls mal den ganzen Stein weg oder halt finde ich nicht ganze vielleicht brauchen wir noch ein bisschen so jetzt warte mal so jetzt ganze zeug nämlich jetzt irgendwo wasser sei mal leise bitte ich höre auch wasser ja glaub mir meine Höhle aber hier ist wasser ich habe Lava gefunden Creeper auf Pistig was hier gerade aus wegen der Fledermaus Prozent 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 geworben ich will mich wirklich echt interessieren wie die Sitzung mit dem Verzauberungs ganz normal nee das ist jetzt anders mit dem Laub Loppel Prozent Doppel schon besser Hahahaha Doppel stoppelt besser Hoh Hoh da hat's der gegeben Boah Boah wird's Boah wird ein Schreckmoment gehabt auch eine Scheiße warum ja ich bin so eine Schlucht gestanden und da unten ist halt zu Lava Ksine dann bin so genau der Kante gestanden und eine Formel dieser Verschieft weg ne Achso ich weiß ich weiß jetzt so in die die Augen zugemacht ne Scheiß denn kann schon gleich mal um nicht holz Diamanten Haller Haller wie viele Lackern Warte ich geschah ok es sind schon mal es müssten acht sein acht äh ne nicht acht aber sieben sieben Wurr Wurr Diamanten Mann Eier ja es war Plus zwei ihr Bono zweites sind neun meine Freunde neun und das in der zweiten Folge ja genau du kriegst ein Erfolg meine Freunde ich hatte zwar nur sechs Wunder egal ob trotzdem acht aber du kriegst ein Erfolg wieso kriege ich keinen Erfolg ja ich bin halt der Kind du hältst jetzt mal geh aber ganz sau dir in die Schnauze du bist ein Pisser Mann du bist ein Pisser Mann so was brauch man nicht Kaninchenfell habe ich mal weg ich eh nur eins was oh man hey soll ich Schießpulver mitnehmen wir rasten aus in der zweiten Folge mit Diamanten achten äh irgendwie schaut's doch cool aus wo bist du das weiß ich selber nicht so genau irgendwie müsste ich glaub wissen wo du bist da ist so da ist so eine Schlucht mit Lava Doba ja ich hab da doch überall Fackeleine gesetzt wir können nie das Spawner pissen alter William geht denn das hier gehört sich dort zu Ende aber liebe Leute der Gang ist zu Ende auch unsere Folge ist zu Ende das heißt ja liebe Leute bis zum nächsten Mal und haut rein ciao